Am 15.09. war ich an meinem Lieblingsplatz in Gernsheim, und zwar an der Hafenspitze. Genau genommen, ich war nicht direkt an der Hafenspitze, sondern dort, wo man zurzeit noch hinlaufen kann. Genau genommen, man kommt bis zur Gaststätte Andres, und da kann man eigentlich nur durch den Bauzaun durchsehen, oder man geht hinten im Biergarten auf das Podium, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, und da hat man einen guten Blick zu den Bauarbeiten. Mittlerweile konnte man aus der Presse entnehmen, dass der Umbau doch einiges teurer ausfallen wird, Auf der Internetseite Stadtumbau Gernsheim sind die Ziele des Umbaus auch ganz gut aufgezeigt. Es hört sich soweit eigentlich auch ganz interessant an, aber gut, man muss halt sehen, was dann tatsächlich aus der ganzen Sache wird. Ist jetzt für mich die Hafenspitze in Gernsheim, ja, wirklich einer der schönsten Plätze im Ried. Wenn das Ganze natürlich jetzt noch schöner gemacht werden kann, dann ist das eine Bereicherung. Und wenn es halt nicht gelingt, naja gut, dann ist halt einiges in den Salt gesetzt worden. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mal sehen, was jetzt bei dem Ganzen rauskommt. Gernsheim 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 Hier kommt ein sogenanntes Arbeitsschiff gefahren, aber das ist doch ziemlich weit weg. Ich habe kein Fernglas dabei und kann auch nicht in meiner Boots App nachsehen, um welches Schiff es sich handelt. Gernsheim 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 So Gernsheim Untertitelung des ZDF, 2020